Denk daran, wir suchen keinen Ärger. Wir müssen so schnell wie möglich nach Künishain gelangen. Wartet, da stimmt etwas nicht. 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 Wartet etwas nicht. Wartet, da stimmt etwas nicht. Wartet etwas nicht. Wartet etwas nicht. Es stimmt nicht, Dorf. Ihr Blut. Seid wackelig, ein Drachenblut. Seid wackelig, ein Drachenblut. Vor langer Zeit waren die Klingen Drachentöter und wir dienten dem Drachenblut, dem größten Drachentöter. Seit 200 Jahren, seit dem letzten Drachenblutkaiser, suchen die Klingen nach einer Aufgabe. Nun, da die Drachen zurückkehren, liegt unsere Aufgabe wieder klar vor uns. Wir müssen sie aufhalten. Genau. Heute kennt niemand mehr auch nur unseren Namen. Wir waren in ganz Tamriel als die Beschützer der Septimkaiser bekannt. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit 200 Jahren suchen wir nach dem nächsten Drachenblut, um es zu führen und zu schützen, wie wir es geschworen haben. Aber wir haben niemals eines gefunden. Bis heute. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Die Fraktion, die den Altmeribund beherrscht. Die, die während des großen Krieges vor 30 Jahren beinahe das Kaiserreich zerstört hätten. Es gibt keinen größeren Feind der Menschheit in Tamriel. Das Kaiserreich hat den letzten Krieg kaum überlebt. Die Talmoor haben nicht vor, den nächsten zu verlieren. Nichts handfest ist, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es niemand sonst sein kann. Das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Und nun greifen die Drachen überall und jeden an. Himmelsrand ist geschwächt. Das Kaiserreich ist geschwächt. Wer außer dem Talmoor hätte sonst etwas davon? Nichts handfest ist, noch nicht. Aber mein Gefühl sagt mir, das Kaiserreich hatte Ulfric schon gefasst. Der Krieg war praktisch vorüber. Dann greift ein Drachen an, Ulfric entkommt und schon geht der Krieg wieder los. Zuerst müssen wir herausfinden, wer hinter den Drachen steckt. Die Talmoor sind unsere heißeste Spur. Wenn sie nicht selbst dahinter stecken, dann wissen sie zumindest, wer es tut. Vor dem großen Krieg unterstützten die Klingen das Kaiserreich gegen die Talmoor. Unser Großmeister hielt sie für die größte Bedrohung für Tamriel. Damals stimmte es. Vielleicht stimmt es immer noch. Also bekämpften wir sie im Verborgenen in ganz Tamriel. Wir dachten, mit ihnen hätten wir leichtes Spiel. Wir haben uns geirrt. Wir müssen herausfinden, ob die Talmoor hinter der Rückkehr der Drachen stecken. Das weiß ich noch nicht. Ich habe ein paar Ideen, aber ich brauche Zeit, um alles zu organisieren. Treffen wir uns in Flusswald. Wenn ich bei eurem Eintreffen noch nicht zurück bin, wartet auf mich. Ich brauche sicher nicht lange. Behaltet den Himmel im Auge. Die Dinge können nur noch schlimmer werden.